Jooo, rein da. Young Fu. Rein da. Du kommst hier rein. Meine Verteidigung hier halten. Jupp. Das hier weg machen. Ich sehe da Gold. Das heißt, ich bin auf einem wichtigen Weg. Das hilft, äh, ja nur Bogenschutz hilft, was genau. Äh, vielleicht brauche ich sogar nochmal eine Mauer hier. Young Fu. Ähm. Kann ich Herzeug verkaufen. Oh. Wo es fällt, wo es fällt, wo es fällt. Hier doch Felder hinterlegt, gell? Ja. Huh. Dann war das das Geräusch, äh, Bevölkerung voll. Bevölkerungslimit erreicht. Jupp. Jupp. Äh. Das sieht ein bisschen seltsam aus, aber es dürfte funktionieren. Nein. Dann scout ich doch mal hier. Müll frei. Ohhhh. Ohhhhh. Ehrt euch gleich. Ihr seid hier noch schön am Arbeiten. Soviel zu deren Armee. Oh, ihr lasst sie hier einfach durch. Wir kommen wieder zurück. Ich brauche mir noch ein bisschen leichte Befü... Äh, Kaff. Nein, egal. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Yang-Fu. Yang-Fu. Wie sieht sie aus? Und? Damit... Oh! Oh, du hast mal das hier fertig. Ich bin einfach wieder sehr viel, was der hier auf mich schickt. Unterstützung auf dem Weg. Oh, hinterher. Äh, ihr habt nichts mehr in der Befü... äh, Schleife, gell? Ne. Gut. So. Ich brauche mir hier zwei Schießanlagen und dann könnt ihr die Minier fertig bauen. Ich brauche den ja gar keinen Schaden. Ey, ey, ey. Arita. Und, ich schätze, hier mal eine Kaserne. Lausig. Alles lausig. Oh, hier ist noch Gold. Gut hält. Gut hält gut. Ich müsste ich das hier mal zerstören. Aber ich bin gerade hier, meine ganze Armee am haben. Ja. Zack, zack. Hier wurde natürlich noch nichts abgegradet. Ihr seid aber auch nicht so gut gegen... ...eine Gegner. Gegen diesen Wogen... ...ja. Upgegradete Ampus schützen ja schon fast. Spam. Kann ich das schlecht benutzen. Und euch eigentlich auch nicht. Wirksam gegen Wogen schützen. Hat doch... Okay. Ach, du hast sogar relativ gute Ammo dafür. Dann baue ich doch mal ein paar von dir. Auch wenn du Gold kostest... Du kostest Gold, gell? Ja. Ich hab nur so ein... Eigentlich ein paar... ...sachen. Wo die Spezialeinheit kein Gold kostet. Paarbevölkerung. Ist ja auch eine Spezialeinheit. Er soll ja auch was kosten. Es hier ist nicht genug gegen die ganzen Ritter, die da sind. Das heißt, ich schicke euch gerade alle... ...in den sicheren Tod. Oh. Ja, dann haben wir schon genug. Äh. Ja. Hier ein paar Ratten rein. Ich habe 17... Achso. Er müsste bestimmt ewig laufen, ja. Er müsste ewig laufen, um an das Holz zu kommen. Ich habe mir gerade gedacht, hey. Ich habe doch so viele Leute auf Holz. Geht wirklich das Holz aus. Hier ist wirklich noch der beste Spot dafür. Ja. Sieks oder Holz. Hier. Eigentlich könnt ihr mal hier hingehen. und hier das holz zu holen ja instant tot instant tot was ich da hingeschickt habe ich komme ja leichter durch die blauen sachen durch als das ist so helle ich habe eine idee auch hier eine burg die beschützt die nicht nur sondern kann auch deren armee hier hinlocken ihnen damit schaden zu verfügen habe ich aber wieder ein bisschen stein in der hinterhand perfekt holz hier hin und alles sieht gut aus alles sieht gut aus bach gegen plänkler entfernte einheiten nee ich brauche ja ich brauche plänkler ich muss ein paar plänkler bauen gegen pferde ja wo lang geht ihr wenn ihr hier nicht lang kommt auch selbst plänkler auch eine kaserne wäre nett perfekt ich brauche auch mal drei ja und dann schaut mal ob ich hier noch irgendwo militär stehen habe der mönch kann ihn mal hier hinschicken dann schau ich doch mal ob ich die hier ein bisschen kiten kann hallo riesige armee ne die wollen nicht mit ok wo geht ihr hin mit den Kampöcken. Ja. Nein, beschütz die Mauer. Ja. Ja. Oh, und warte auf Gold. Wir haben keinen der Rambeke down gekriegt. Ja. Ah, 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 ah. Ich seh die Armee. Sie ist riesig. Ei, ei, ei. Ich muss euch ein bisschen weiter hoch machen. Weil ich euch nicht da gern zur Zeit von da unten abziehen muss. Das hier müssen wir dann hoch. Ja, das brauche ich nicht. Keine Ahnung, dass ich gegen diese Gegner-Armee tun soll. Oh. Maximale Bevölkerung erreicht. Okay. Das ist schlecht. Äh. Maximale Bevölkerung wieder erreicht. Das ist all mein Militär ist. Hier ist noch was. Oh, zwei Ritter. Ja. Die werden der Unterschied sein. Mhm. Wir werden hier zur Not zurückziehen. Ja. Rück zur Burg. Und heilen lassen. Hier kostet nämlich Gold. Oh, diesmal ist sie immer hier rausgekommen. Komm, lass die Burg helfen. Ja. Ist gut. Ne, warte. Ich mach hier lieber noch ein paar Ritter. Meine, meine Mauer. Meine schöne Mauer. Oh. Ich sehe hier niemanden mehr. Tu nicht. Also noch Chukunus, okay. Fehlt auch noch ein bisschen mehr. Ah, wo ist meine Rambok? Ich hab keine Rambok mehr. Gut. Hier eine Rambok. Fabrik. Kommt von da unten? Wo kommt ihr denn hier her? Oh. Oh. Nirgends. Okay. Ihr wart da einfach nur noch. Oh. Oh. Ah, warte. Das hier ist bestimmt gut für euch. Wie mach ich das mal? Ja. Falsch. Ja. Ich hab's verstanden. Einer da. Einer da. Du hast das mal. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Tor. Tor. Nein. So. Tor weiter bauen. Tor. Fickt. Da sind wirklich ein Haufen Sachen, wofür ich einen Rambot brauche. Ich habe keine Lust, die ganzen Türme hier mit Nahkampfeinheiten zu zerstören. Vielleicht sollte ich mir so ein Fahrt von den Explodierenden holen, aber das lasse ich. So, er geht hier weiter an Gold. Ich meine, die können sich da dran... Er geht hier rein, auch in diese Ramböcke. Und reicht ein paar Ritter. Das war wieder mein ganzes Gold. Ich habe hier so viele Einheiten. Ich habe hier einen Haufen von denen. So viel ist es gar nicht. So viele Einheiten sind es gar nicht. Das meiste, was da drin sind, sind halt diese Bodenschütze, nicht? Die verstärken schön meine Burg. Also ich brauche, wenn ich nicht eine große Armee hier aufbauen will, brauche ich eine starke Burg. Schwierig. Oh. Jetzt kommt er ja durch, oder? Juck. Und damit... Meine Armee hier wird immer weniger, weil ich immer mehr hier aufbaue. Weil die innen drin stehen, sterben die auch nicht. Müsst ihr doch so um die 50 Truppen aufbauen können. So. Hier sind so um die 20, dann soll ich doch hier 30... Ah, okay. Ungefähr passt's. Vier zu viele Toffe wohnen anscheinend. Ele, 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 elefant. Nööööööö? Hast du dir nichts Böses vor? Ich mein hier könntest du rein theoretisch rein, aber du tust es irgendwie nicht? Okay. Was bringt mir eigentlich, wenn ich euch gefällt? Gebt ihr mir Tribut? Warte ich mal hier. das ist glaube ich kaputt ja ich wusste dass hier noch was ist hier noch gesehen hat man kommt hier rüber da sind pander äh tigre nicht pandas auch wenn pandas auch aggressiv sind das wäre ein cooler mod tiger in so riesige pandas du machst ihn ja an vier schüssen weg ich hätte hier erst eine reliquie das hier sieht echt nach einer reliquie aus ja nein kein stein keinen kleinen stein nicht mal etwas der mönch hier noch irgendwo ich glaube nicht er ist doch nicht tot oder wir haben das erste dorf von den ming gefreit okay hier ist so ein lager dagegen kann ich von da nichts tun theoretisch könnte ich irgendwie vielleicht so eine mangel aber die mangel wird vom turm äh und ranged das heißt der turm hat mehr range als die mangel das heißt es würde mir eigentlich nicht wenig bringen so 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 na kam's aha ich weiß ihr habt keine mindestreichweite also interessant nicht genug gold oh äh hier hatte ich doch ja hier hatte ich doch noch gold hier war auch irgendwo noch mal hier ran in den stein komm zurück komm zurück komm zurück vor allem du da wo sind die doch gewonnen wo auch rein da rein in die burg wir wollen die pfeile der burg ausnutzen komm alle rein hier kämpfen wir das macht ja sonst keinen sinn lo hast du hier vor hm glaub ich hab eine d jo drauf da also meine ganzen einheiten aber hier nur noch Bogen schützen also hier haben wir nur die Ritter am Leben ja auch hier neue Einheiten nicht nicht genug Gold, ja hier ist auch ein Haufen Gold in Ramböcken Perfekt hier nach vorne das hätte ich nicht tun sollen ich brauche meine Nackle hier die sind echt schnell von dem die sind verdammt schnell die sind nicht mal voll sind denn die so schnell gut ich schau mal kurz bei meinen Holzfällern ihr seid hier durch ok nochmal so hier hin ähm ich habe Ressourcen aber mir fehlt halt Bevölkerung Bevölkerungslimit ist immer blöd ja ja tschüss ne stimmt Das ist eine andere Klasse hier. Wieder ein Haufen Zeug. Ihr bleibt erstmal hinten. Ich möchte euch nicht zerstören, auch wenn ich euch gerade eigentlich nicht brauche. Ich bin da. Uh. Ne, das spare ich mir an. Ich spare mir dieses Stein. Ich habe mir irgendwo Gold. Nicht, dass ich es sehe. Geh durch und hol mir stattdessen. Vier, zwei. Drei. Oh. Und einen hier. Der mir dann hier wieder Sachen bauen kann. Komm her. Ich habe keine Pikaniere. Ich brauche... Hier. Ritter. Komm her, ritter. Ritter zurück. Äh. Kurz mal die Reliquie. Hm. Hier könnt ihr nicht ja Remixen, oder? M經ste. Ja, gut reicht! Schu. 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 Und ihr könnten... Blauen Armeen kommen halt jetzt. So, dass ich sie stoppen muss. wenn ich hier irgendwas dich kann ich noch zerstören du wirst keinen großen unterschied machen ja komm mit hier rein und dann töd ich euch und ich beende die heutige folge ich hoffe ihr hattet Spaß, falls ihr Spaß habt, lasst einen Like und einen Kommentar da und dann bis dahin tschau tschau bis dahin tschau